Und die Momente, die schockierten. Entdecke die Story hinter der Story. Sky Documentaries ab 9. September. Die Bundesliga-Halbzeit auf Sky wird Ihnen präsentiert von Bad365. Die deutsche Vermögensberatung Halbzeitanalyse. Elf Tore, strittige Szenen, kurzum, es knallt richtig am Samstag Nachmittag in der Konferenz in den fünf Stadien. Bei uns sind Sie mit dabei und jetzt auch in der deutschen Vermögensberatung Halbzeitanalyse mit Didi Habern. Didi, wir holen uns auch gleich unseren Reglexperten Alex Feuerherr noch mit dazu. Vor allem mit Blick auf die Partie Augsburg gegen Leverkusen. Da fügt die Bergseffi die Verschallung zunächst mal.